Um mit dem Roboter in zwei Sprachen zu sprechen, benötigen wir mindestens vier Programmboxen. Zwei Set-Language-Boxen und zwei Say-Boxen. Diese ziehen wir aus der Box-Library auf die Hauptarbeitsfläche und stellen sie entsprechend ein. Eine Set-Language-Box stellen wir auf German und in eine Say-Box geben wir diesen deutschen Text ein. Danach nehmen wir die zweite Set-Language-Box und stellen sie auf Englisch ein. In die zweite Say-Box geben wir nun den englischen Text ein. Und damit die Umschaltung auf Englisch nicht so abrupt erfolgt, fügen wir noch eine Wait-Box ein und stellen diese auf zwei Sekunden Wartezeit. Die Wait-Box findet man in der Box-Library unter Flow-Control-Time. Nun verbinden wir alle Boxen noch von links nach rechts. Jetzt können wir das Programm über den Play-Button in der Werkzeugleiste ausprobieren und das Ergebnis auf dem virtuellen Roboter und in der Dialogbox anschauen. Auf dem echten Roboter sieht das dann so aus. Hallo, ich bin ein humanoider Roboter und ich heiße Nao. Hallo, ich bin ein humanoider Roboter und mein Name ist Nao. Seid ihr mit einem echten Roboter verbunden? Wenn ja, dann verändert mal die Texte, die Nao spricht, sowie seine Stimmhöhe, Voice Shaping und sein Sprechtempo, Speed in den Say-Boxen. Und die Pause in der Wait-Box könnt ihr auch mal ändern. Probiert das alles einfach mal aus. Lunch blaming Tag Entstehen mic cold 害 prep kl super hier pac 轟